Oventrop möchte Ihnen heute unsere Trinkwassertechnik Aquanova System präsentieren. Wir bieten Ihnen als traditionsreiches Unternehmen ein komplettes Armaturensortiment und Systemsortiment rund um die Trinkwassertechnik an. Angefangen von klassischen Absperramaturen, aber auch Armaturen für Zirkulationsleitungen bis hin zu kompletten Stationen, die für die Trinkwasserhygiene, für die hygienische Trinkwassererwärmung genutzt werden können. Unser Systemhaus zum Thema Aquanova System Trinkwassertechnik zeigt einen schönen Überblick über alle Teilbereiche, die mit Oventrop-Produkten in einer Trinkwasserinstallation ausgestattet werden können. Von den klassischen Absperramaturen bis hin zu kompletten Stationstechniken und auch zu Spülsystemen. Des Weiteren haben wir ein neues Produkt im Programm und zwar unsere Regudrain Spüleinrichtung. Unser Regudrain Spülsystem ermöglicht es, Stagnation in Trinkwassersystemen zu vermeiden und somit die Trinkwasserhygiene in Trinkwassersystemen aufrecht zu erhalten. Das ist ein wesentlicher Aspekt, damit in Deutschland die Gesundheit in Trinkwassersystemen entsprechend aufrecht gehalten werden kann. Die Regudrain Spülstation besitzt einen integrierten Regler. Dieser Regler kann per WLAN und mittels Smartphone angesteuert werden und entsprechend programmiert werden. Spülintervalle sind somit relativ einfach einstellbar und über den freien Auslauf, den wir hier vorne sehen, ist dann die Spülfunktion entsprechend aktiviert. Oventrop hat langjährige Erfahrung im Bereich der Trinkwasserhygiene und stellt viele Produkte aus Rotguss natürlich unter UBA-Richtlinien zur Verfügung. Das heißt, ohne Bedenken können Oventrop-Produkte im Bereich der Trinkwasserinstallation installiert werden. www.fey.st.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017